Und damit herzlich willkommen jetzt hier zum ersten Apex Cup, der hier von Dari Sports und von Charge Gaming mit ausgetragen wird. Bevor es mit den Highlights aus dem Apex Turnier weitergeht, will ich euch ganz kurz auf etwas hinweisen. Und zwar hat Level Up heute Abend eine neue Edition im Shop und zwar ist das hier die Spring Edition. Und die schmeckt nach Birne und Holunderblüte. Sehr frischend, sehr nice und auch etwas Neueres. Und das gibt es ab heute Abend, den 12. April um 18 Uhr. Und das Ganze könnt ihr euch auch sogar vergünstigt holen und zwar mit meinem Code Nuserino spart ihr in der Aktionswoche 30%. Also da würde ich sagen, könnt ihr auf jeden Fall zuschnappen bei neuen Geschmäckern oder auch vielleicht bei Altbekannten, wie zum Beispiel dem einzig Waren Juice. Tüpfel. Ich hätte wohl sieben Tüpfel nennen müssen. Tüpfel? Tüpfel. Er war ein Deutsch, er hat sich da zu komisch an. Ich kann hier von vorne durch mich schauen. Tüpfel. Ist da welche? Ja, hier sind welche. Rechts vorne uns gedroppt gerade. Snackt einfach. Hab einen. Nice. Warte, ich komme gleich. Ich kann gleich scannen einmal. Hab mich eigentlich nicht. Ich bin bei dir. Nice. Trash. Jason? Ja, ja. Ist doch auch Solo da. Warte, über uns hier. Rechts raus, rechts raus. Gott, Kamp. Einer weg. Der andere hat mich. Kampfdienst. Tracks. Und da oben. Dach. Achtet jetzt auf die Zertparty. Zwei Tips. Ja. Nein, 28. Chile. Push me. Na, noch nicht. Nade. Nichts. Alle Nade. Drei. Oh mein Gott. Komm. Was ist hier denn? Ich hab da geuntet. Ich hab einen. Nice. Craig. Ich babbel. Ich babbel hier. Es ist low. Rise and low. Ich hab, ich muss, ich hab nix zu mir. Keiner wird. Um rechts, um rechts, um rechts. Komm, wir nach oben mit deiner Ult. Ich sterbe jetzt. Hier, hier, hier. Hab den, hab den, hab den. Schön, 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 schön. Ich muss laufen, weil ich keinen Dings da laufen. Ja, da muss man. Bisschen, schlechte Position, um gegen Highgones zu kämpfen. Aber machen das bis hierhin eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, Nose muss da jetzt gucken, dass da in der Wabbel drin bleibt. Denn der muss sich irgendwo wieder hochhehlen. Ist auch jetzt gerade nicht gut. Da ist auch noch ein Faustick da unten. Also das ist natürlich schon Mr. Reddington. Oh, Nose. Was ein Lock gegen ihn. Das war ja überhaupt nicht vorhersehbar. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet bei den Garst da unten. Einfach das Jumpback geschmissen. Nach oben gejumpft und ab ins Gesicht mit dem ganzen Stopp. So muss das sein. Ich hab auch nichts. Ich hab dann auch ein Mad-Kit. Ich hab die Zone, weil ich richtig ekelhaft für uns. Ich hab ein, äh, ich hab ein Ult. Keine Ahnung, wenn du draußen bin. Oh, man, oben drauf hier. Alter, über euch. Keiner schirrt. Na, keine Chance. Ich hab's. Okay. Das war. Okay. Ich hab je erwartet, dass ein Team da oben campt auf dem Ding, Alter. Ja, überall campt die Leute. Ist doch klar. Ich weiß so einfach. Wir hätten jetzt den Kaufungswahrscheinlich. Mein Guess, ja. Aber das sind doch... Okay, die wussten, dass wir kommen halt, ne? Die Leute, egal oder gar nicht. Sind das nur Overwatch-Spieler? Ich hab eigentlich gedacht, dass wir spielen Overwatch-Spieler. Ja, das ist auch nicht so reingelegt, äh. Da haben sie uns leider erwischt. Ja, Lego Amos. Die holen das Ding. Oh, nur so Bums, Junge, rein. Oh, die wurden disqualifiziert. Hä? Die wurden grad disqualifiziert. Nein. Oh, echt noch. Au, au, au. Die sind zu gut, komm, schmeißen raus. Warum bin ich da? Oh, 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 oh. Also, Hot-Job hier. Hot-Job hier. Was ist das? Direkt rein-Feeden. Ja, ich hab'n Air-101. Wir sind da fiesen unten, 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 unten. Oh, 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 die haben wir. Ja, warte, chill, 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 chill. Ich gehe direkt aufs Dach. Ja, hier dritt, hier dritt. Fleißig, fleißig. Junge. Portal. Hallo. Wo ist das Portal? Einer noch. Hier. Einer 24. Nock. Zwei noch dann. Dann springt noch einer. Springt noch ein Team, springt er weg. Ich kann einen Laser vielleicht. 39. Boah. 51. Fleisch. Fleisch. Boah, ich komm nicht dran. Da hast du es. Nur so'n Scheiß-Visier. Ich hab'n Looten. Egal, lass die anderen Looten erstmal. Ich krieg' ne Seite. Oh, hinten der, ja. Lootet man nicht auf Logan. Die kommen. Ja, ja, ja. Hier oben. Ich hab' allen gut gedrückt. Ich holte da jetzt. Nice. Einer am Fenster. 40. Oh, crack. Zwei Stück. So, nice. Links von hoch. Oh, ich wollte keiner chillt. Ich muss probieren. Keiner, gut Hits. Ich war auch von den Seiten. Nicht von Seiten, seißen. Hits, zurück einfach. Ja? Wir sind zurück. Wir sind zurück. Zurück. Da ist noch ein Team, oder? Ja, ja, die kommen. Von links, ja, ja. Hits, hit. Crack. Einer ist unten. Läuft weg. So'n bisschen. Ah, geht hoch. Also, rechts am Fenster kommt der immer. Deine. Enemy spart. Ja. Weißes Schild. Fleisch. 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 Okay, ist der Solo? Unbekannt. Unbekannt auf Solo. Unbekannt auf Solo. Ich gehe oben hier durch Tür, direkt. Oh, ich bin runtergefahren. Vor mir. Sind zwei auf jeden Fall, Minimo. Ich bin rein. Ach, dein AP. Oh, nice. Ich mach Phoenix. Oh, ich hab fast krassiert. Machen wir mal Tür zu hinter uns, ne? Oh, über uns. Oh, ja. Ohne, was. Geh below, geh below. Er kommt runter, einer. Oh, scheiße. Die zwei pushen hier. Ich werd gepusht. Einer kommt hoch. Einer hat eins. Noch einer. Bick drin. Reisen low. Oh, ich bin dead. Beide bei Tobi. Beide bei Tobi. Oh, Mann. Also, ach. Wieso sind denn welche auf dem Dach? Und wieso hört man das nicht? Wir brauchen mehr Scans irgendwie. Ich kann... Komm, ja, das kann ich auch Bloodhound spielen. Ja, spiel mal bitte echt einer von euch Bloodhound. Ich will auch einen haben, der vorläuft. Ein bisschen. Einer müssen wir auswunschaffen. Ja, aber wir haben einen Sniper. Ja, aber wir haben einen Sniper haben. Und der Contamant ist dieser Lowground, der nervig ist. Guck nach hinten. Drei sind auf jeden Fall auf der rechten Seite. Er passt, 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 glaube ich. Ist keiner da? Doch, hier ist einer. Hier, hier, hier. Ach. Ich hab ne Shotgun. Save you, einer. Ich hab keine Rüstung. Jetzt. Klaus? Ja? Ich seh euch halt die ganze Zeit, das ist dumm. 60. Keiner, Knock. Hochs. Oh, mit der Etage. Einer, auf einer, auf einer, auf einer. No, 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 no. Ab, Knock, knock. Noch einer? Ich bin so. Crack. Mein Gott, das Ding ist... Jetzt raus. ...buckt. Fleisch, 14. Schön, macht er das. Ultra-cracked, hier. Brauch ein Dach. Am Hits. Scannt. Renn. Hinten. Crack. Im Haus. Oh, ich wurde gestucked, alter. Komm, ich komm, ich komm. Einer muss stehen, der andere Scheiß. Einer ist nach hinten abgehauen. Der hat doch den A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ne, rennt ihr nicht. Geh'n mich. Seht ihr nicht, seht ihr nicht. Bei den Kisten. Mist, mal weg jetzt. 74. Craig, den Gibi. Falsch. Ich geh'n, nach vorne. Die Kugel macht links. Falsch. Ja, ja. Falsch mich? Nein, nein, weiter, weiter, weiter. No, Falsch. Du bist ziemlich tief, Victor. Aber ein Nock, aber ein Nock. 50. Okay, jump in, geh'n nach oben. 91, 91, 91. Meine Dings, meine, äh, lame Dings. Habe' einen. Laut. Das war das Team, was uns grad' genommen hat. Sexy Boys. Komm, weiter. Pullt halt wieder komplett von links nach rechts. Da hinten, unten, da welche? Unten, links? Ja, ja. Ich kann sie ablasern, ich kann sie lasern. Ich kann die lasern. Die sind low ground. Falsch, 74. 70. Einer hat ultra low. Ich kann da runter jumpen, weil wir müssen eh da rum rotieren. Links herum. Ich kann's, ich kann's ja nicht. Ich yolo den Loot. Gehst du hin da jetzt oder was? Ich jump jetzt hier runter. Die jumpen auch, die jumpen auch, die jumpen auch. Die jumpen auch. In uns, in uns, in uns, in uns. 1,7, 2,0. Zum Loot, zum Loot. Cracked. 40 Fleisch. Ich nade die. Ich kann grad nicht helfen. Ich kann grad nicht helfen. Ich nade die. Ich nade die. 60, blauer. Der ist cracked rechts. Einer läuft links. Die splitten sich. Die müssen links rum irgendwie oder so. Keine Ahnung. Können die hier den Highgun nehmen? Seht ein, ihr seht ein, ihr seht ein. Helm. Der eine ist solo links. Oh, der eine ist rechts vielleicht schon. Knock. Rechts. Nice. Der zippt hoch? Zipp, zipp, zipp. Schild. Gut schild. Unten, unten, unten. Der ist unten. Victor, du kannst vielleicht unterher schilden mit Q. Du bist der Schnellste von uns. Low ist hier. Pathfinder. Auch low. Knock, knock wieder. Ober. Ich muss schilden. Crack. 40 Fleisch. 80 Fleisch. Nice. Knock. Zwei Tote dann, zwei Tote dann. Ich brauche Heavy Muni, dringend. Ich habe nichts. Ich bin light. Wer lebt noch? Wo ist denn die Leiche von dem einen? Victor, chill erstmal jetzt. Chill erstmal jetzt. Ich brauche Muni. Ich kann nichts machen. Hat der Heavy? Ja. Wir sind jetzt nicht. Wir haben jetzt keinen Sinn. Wir haben ihn. Wir haben einen, wir haben dich drei. Maze, du musst Kraft... Oh mein Gott! Wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wedding! Unsere Tote dann! Ne. 3 leute auf mir ich bin dead oh mein gott was machen wir denn das game war gett ja wir hatten auch alles richtig kacke wir hatten nix ja aber wir hätten trotzdem besser beugen können wir sind richtig schlecht es ging nicht um den loot es war nur so die sind alle die sind alle auf meiner sind alle auf meinem blut nichts keine leid gleich mehr war das ist halt nur so einer komplett down nur noch der bei euch nur noch der bei euch das ist der sport gewesen einer die alle da oben aber klar so ein bisschen rotieren dass wir diese quasi ein bisschen 2 noch mal 25 das sind drei stück aber wir können ja wir können die ja nicht so richtig das ist scheiße ich komme zu dir wieder ich komme zu dir das ist dumm ich habe ich wenn ihr nades habt die sind alle in der ecke ich bin live rein ich kann vielleicht reden auch um warte nein geht nicht ich bin runter ich habe hier golden visier wir rennen einfach in den rücken wenn da jetzt ein anderes team kommt werden eh gesandwich oder ich sagen ich kann da auch um dach da sind drei halt ne ich holte das dach ich holte das dach ja du hulter das dann lasst du mit pushen mit dem old oder mit zone oder vorher schon mit der zone oder ich weiß jetzt nicht was macht ihr jetzt man ich hab mal im turnier gespielt ich weiß nicht ob wir es schon mal mach bei 15 sekunden und dann mit du holt pushen wir scheiß drauf auf action machst du mit jump head dann? du willst mit jump head ja das ist risky ja aber ja komm ich runter mach jump head das andere team wird dann dick third party halt ich mach und count ich glaube die sind auch schon gelaufen ehrlich gesagt aber ich hab sie nicht mehr gescannt gekriegt ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts ich bin hier ich glaube ich ganz gut gerade achtet auf die hier die hier kommen haben einen auf 20 achtet auf hinter uns achten auf hinter uns naja lass die ab bei ihm ja jumpen der jump gleich noch gleich du werden gold hit ich babbel ja babbel vor uns babbel vor uns der rett sie Leute Leute ich hab doch den anderen abgeschossen ich hab doch zwei leute auf einer b geschossen wo ist denn wo ist denn hey ich hab doch nicht gerafft wir waren nur zwei wo war es chillt oh ja jung ich war nicht da ich war nicht da ich war nicht da ich bin rechts hingegangen boah alter hab ich so lange nicht mehr gesehen jungen um Megalool die map ist einfach gut na das ist aber die beste ah ich weiß mal gucken wird gleich der wie heißt das hier fragment äh ja ok epicenter da da ist ja diese laber noch die kommen mir unter uns die kommen mir hin ich komm nicht an alter ja dann das hört ah das ist schon scheiß aber egal die haben halt jetzt die ganze dicke ding ne ich komm zu dir das hin wir müssen mit das enthalten äh passt passt aber ich hab scheiß waffen so über mir ich hör die nur ja ja chillt ist der dritte ich kann da gar nicht helfen da ist in dem Ding drinnen hey das auto hier der rennt der rennt push du die oder was guck ich geh nach vorne ja das ist schlecht ja das ist schlecht ja das ist schlecht ich will sie looten ja ist auch nah das hier vortrag ja ich bin tot mann der kommt bei mir bei mir bei mir der wird in den rücken gedrückt rechts noch neues team ach man jungs ich bin so dumm ich hab nichts ich hab gesagt ich geh weg jaa my bad komm das wir müssen hier weg wir können da nicht fighten oder dann können wir ihn vielleicht noch nehmen ich hab ich hab 20 schuss in meiner wolfs das wars schrauben der pusht der pusht der pusht der pusht das fehlt ah gerade schrauben ist alter ah safe naja wir hatten einfach weglofen sollen direkt doch einfach holt an und rennen oh mann ey also einzige was ich hoffen kann ist dass die jungs jetzt eine gute platzierung holen und das halt irgendwer am ende gewinnt der nicht so viele punkte bis jetzt hat das wär halt zerbrechen das ist so schlecht da oben da schon mal die rotation gucken wo wir gleich hin müssen das mehrere team sind ich hab kein scat keiner kommt das ist das schlechte komm hier links ich bin so dead ich kann glaube ich noch ein Stück nach hinten getrocknet noch oh nice wichtig der Luke schlag die Schiele noch ich weiß noch nicht zu finischen links 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 schön 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 oh der laser oh baby oh jungen halte spieler sei mein freund er ist einfach der er ist einfach der killer jetzt versorgt kommen wir irgendwo hin weg ne ne wir müssen jetzt er spielt so ein bisschen sehr 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 geil sehr sehr geil sehr sehr gerne krass das was team sagten pushen und leider verkackt haben Discounts einer crack 50 wir müssen einen nach links schöne rotation top 6 schon mal drinnen oh die sind die haben aber keinen fokus gerade jetzt haben sie den fokus break einer ich wollte hier einfach ich babbel hier links einer drei knocked oder so oder cracked rechts einer knocked zumindest rechts lass die rechts vielleicht pushen willst du rechts pushen? ach es ist schlecht es ist schlecht es ist schlecht es ist schlecht bleib hier links bei mir ist es gleich safe bei dem flashdown flatdown die anderen pushen jetzt nates oh einer fliegen kann ich das machen über die zwei nein ziel aber irgendwo nein so finisht er nicht einer unten und einer unten schön jubi noch ein 60 ap der hat aber auch einen ich hoffe da war safe noch ein team irgendwo die auf die geschossen haben oh oder der hat die craver ja ich weiß deine zone fünf squads noch kannst du noch locker place in der zone richtig nice einer kommt wieder glaube ich der hat die aber ja wir haben die 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 schweigen den die 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 Ach du heiliger Büber, was guckst du mich an? Aui! Mit der Craver machbar, ne? Mit der Craver machbar. Mit der Craver machbar. Es gibt gar keine Latch. Da wär ne Latch. Das war scheiße. Ich dachte, da wär so ne kleine Latch, wo ich mich chillen kann. Naja, schluss was war ich auch nicht. Ach, egal. Jaja, ich hoffe es hier zu sehen. Da dreh ich aber durch. Nemesis. Nemesis Squad. Bitter, die craften gerade, die craften gerade. Ja, dann lass sie hin, oder? Ja, klar. Wo craften die denn? Ich weiß nicht, wo der Ding ist. Daher war das ja noch. Zieh die gar nicht. Die sind hier rechts drin. Markiert einer. Da war der grad weg. Kann sein. Ich hab' gescannt. Ich hab' gescannt. Ich hab' gescannt. Da, da, da. Links. Man kommt hier gar nicht raus. 30. Die sind gesplittet. 160. Die sind immer noch gesplittet, ne? Die sind immer noch gesplittet, ne? Die sind immer noch gesplittet, ne? Ich hab' ihn. Schön. Hier hinten. Bei dir. Bei mir, bei mir. Bei mir, bei mir. Ich hab' einen. 40 HP. Ja, 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1. Ich hebe mich. Hold up. Ne, der ist hier in der Ridge. Macht Batterie. Ich mach' den... Ich, ich mach' den... Ich geb' Infos, ja, ok. Ja, ja, da ist er, da ist er. Du siehst. Komm's hin. Warte, die pushen dich. Ich bin doch gar nicht ready dafür. Die push? Das ist der alleine? Ja und? Die will der mich pushen in der Bubble Die macht gut geht weg oder so Ja da oder Da unten 56 Unter dem Pillar muss er sein Egal, lass looten und weggehen Und rüberjumpen Ich würde sagen, jetzt ein bisschen straight rein Oh da ist meine, vor uns, vor uns, vor uns Nein Machen 150, alle eins Low, 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 flat one low Es ist absolute one Noch Batterie Einer gut schillt Hi Craig Headshot Lauf Noch einer, einer noch, einer noch Ja, noch einer Ja, hier sind ganz viele, ne Ja, hier ist richtig schlecht Das war schlecht, können wir noch hier rechts rum? Ja, go Habt ihr was zum healen? Ich hab... Ja, 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 ja Geht jetzt wieder dran, komm Jumped haben wir nicht, oder? Äh, nein Nicht Boah Wo ist das gekriegt? Still not getting back off of that Nice Ahm, kill Still not getting back off of that Still not getting back off of that Is ok, jump head 150, I think it's Die Nein Ganz rechts, ganz, 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 rechts hingehen, bitte Nicht direkt rein in die Die rennen, glaub ich, ein bisschen nach hinten Ja, ja Die Scam kommen nicht mal an Die sind... Jetzt kommen sie erst Ich sehe sie Ich... Ich ultere das Die pushen, die pushen, die pushen Ich hab den gut getroffen, da rechts Ja Wichtig, wichtig Ich hab den gut getroffen, da rechts Ja Wichtig, wichtig Ne Ohh uh элект Nee 2, 3, 3, 3, 3, hier Das Round 3 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 4 3 3 3 thinking Können wir vielleicht spielen, aber es ist halt risky Ja Ne, Treppe geht nach oben Ne, D Geht hinten hoch Keine Schilde Geht bei mir Der ist wohl ok Ich gobbelt uns hier einfach Ah fuck, war schlecht Wir werden gesandwiched, it's safe Oh, old of us Können Jump mit irgendwo machen, aber Ich feede, ich keine Chance mehr Ist ok, das Jumping ist ok Links, links, links Locked No, no, no Noch einer, hier drin Drinnen, Container, Container Oben, um, um Cracked Und das Bei mir Ganzer Squad Ganzer Squad Rechts Oh, das leckt so hart Rechts Gimmi Oben Down, down, down Bloodhound low Ah, ist ok Der rennt, der rennt, macht rechts, holt rechts 2-0, 2-0, 2-0 Links hier, bei mir letzter Armour top vielleicht Letzter hier, letzter hier Aimed, aimed Chill erst mal Chill erst mal Wir pushen jetzt zu zweit, ich geh jetzt rauf, warte Ach, scheiße Was für zu zweit Let's gooo Let's gooo Let's gooo Das war in South West, Junge Let's gooo Der Line ist, kannst du einfach weiter zu zweit Ja, aber ich wollte jetzt nicht mit dir so Und dann fangen wir uns wieder Egal Hehehe Let's go Schön Schönes Ding Wer war denn in die letzten? South West? Die Zweiten Ach so Ja, das halb Das war episches Duell, Junge Episches Duell War ja, war Damien Der Ego-Pisser Weil er unbedingt einfach mich töten wollte Ist er mich pushen gegangen Aber ist dann runter getroffen Habt gefehlt Das ist knapp Nice So knapp Oh Ich bin gewonnen Yeay 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 Wer ist zweiter, holy shit Wir sind aber auf zweiter, Alter Aber 11 Punkte Unterschied Heute